Dann kehren wir gleich mal zurück, wenn ich das Ding hier gefunden habe. Ah, jetzt wird's leeren, so. Ah, rechtzeitig. So. Los. Zack, noch ein bisschen mitnehmen hier. Hier noch. Gruppen scheiße, kann man immer wieder gebrauchen. Tasche noch mitnehmen. Da war ein bisschen Mana-Trank drin. Das ist ein Obdachloser. Ich dachte, wir werden alle weg. Obdachlosen. Ah, ich hab kein Mana. Scheiße, voll vergessen. Oh, die Rat ist auch weg. Jetzt wieder den hier. Ah, wieder zwei von vier. Ja, Mana-Trank, damit ich immer Mana jetzt habe hier. Die ja ein bisschen viel. Ein bisschen übermanert. Oh, nur ein bisschen. Halt wenigstens genug für die nächsten Kämpfe. Zack. Ah, jetzt direkt der nächste direkt daneben. Zack, benutze Spritze und Kronkorken. Hallo. Nochmal. So. So. Das Labyrinth hier unten teilweise. Hier rein. Warten wir mal hier. Also, ja, ich weiß, wo wir hier sind. Machen wir aber gleich. Wissen, wo es hier lang geht. Waren wir hier schon? Ach, waren wir doch eben gewesen. Hm. Da drin. Da drin. Da drin. Dann machen wir auch. Dann gehen wir mal hier lang. Ich kann uns teilweise schon hören, was hier auf uns wartet, da sieht man es auch schon. So, die beiden sind down, so, das sind ein paar Riesenbledermäuse. Bam, 9906 Schaden. Ja, wir machen nochmal mit ein bisschen was mit Mana, dann Mana ein bisschen, ne? So, normal ist es nach Kontrolle. Gefällt mir! Ja. So. Ähm. Zack. Jawohl, da ist eins. Achso. Krabbenhelm, Krabbenpanzer. Boah. Dann kommt deine Menschheit. Und das alles, danke dir! Danke, Ben! Ich bin unterfrei gestaltet. Freunde an seltsamen Orten. Bei hier. Da haben wir ganz schön viel Rüstung drin, hier. Huch. Krabbenhelm. Ändern. Was tun wir da drauf? Bogenschaden, Bogenschaden. Händige Waffen. Lass einfach mal kurz hier. Hier. Lass mal kurz drunter. So. Krabbenpanzer plus was ich gerade drauf hatte, was auch immer war. Hier unten war es. Und Krabben scheren hier unten. Äh. Das ändern und dann mal drauf. Und du 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 du. Äh. Haben wir nicht auch was mit Blocken hier drin? Oder so angucken. Okay. War das hier. Da haben wir 63 Rüstung. Ein Krabb. Krabbenmensch. Allerdings habe ich mich erst noch zuerst getroffen. Schade dass ich keine ähm. Schade dass ich keine äh wie heißt es ähm. Kombos machen kann. Als Konter. So. Ist weg. So. 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 Sensene vor. Das ist ziemlich nah. Wecksecke. Kein Problem, die Fledermäuse. Habe ich auch vor dem Fenster. Also nicht gerade, aber... Jetzt in der Sommerzeit, wenn der Sommer kommt. Da habe ich jede Fledermäuse bei mir vor der Tür. Da die Blutorange. Da ist sie doch! Böse. Wird außerdem Kenny angegriffen, ne? Ja. So. Und... Bam! Ich wollte, wenn ich eine zweite Runde spiele, wollte ich mal Teeboe oder sowas testen. Mist, das habe ich nicht aufgepasst. So. So. Komm schon. Nein, 72 Leben. So. Haben wir alle drei erlegt? Das haben wir eigentlich alle neben Questen fertig, oder? Ja, ich werde bestimmt noch dazu kommen, hier. Kenny, äh, gut zu benutzen. Was da bei Craig alles auf mich wartet, ist einiges. Was? So, was fehlen wir noch? Drei Chin-Pokémon. Sind die? Wo sind die letzten drei? Ich hoffe mal, dass ich keinen übersehen habe. Das würde mich sehr ärgern. Ach ja, müsste der Henkie die Kinder abgeben? Mach so, ja. Mal jetzt mit Jimbo hier. Mal jetzt mit Jimbo hier. Nichts, einfach nur. So, brauchen wir noch ein bisschen einiges Kinder jetzt hier kurz. Weg bringen. Mal vergessen. Ich war so schade, aber ich habe Jesus. In der Kirche gefunden. Der Mr. Henku. Ja. Duh, du, du. Duh, du, du. Esa? Wie, crap! Bis zum Beispiel meinen Kinder haben. Danke, die gute Manns Nuggets. Schalke, danke. Wenn du meine Hilfe brauchst, kwhi auf mich und ich werde da dann sicher Ja, der Hanky, der ist... Ja, ja, wirklich scheiße. Der Hanky, der hat auch eine Fähigkeit. Sein Angriff ist auch so... Scheiße. Nein. Eigentlich nicht scheiße. Los, komm. Haben wir jetzt alle Questen gemacht? Hat das Obdosenproblem? Ich bin ja noch nicht fertig, ich finde meine Platte. Versteck, warte hier... Ah, Versteckspielschirm, muss ich noch die Kinder suchen. Boah, die Kinder! Mir fehlen noch zwei Kinder. Fehlen noch zwei Kinder? Oh, 13 Pokémon. Schönen Tag! Mal schauen, ob die Obdachlosen... jetzt... Alter! Wo sind denn noch Landstreicher? Sind die mich verarschen? Ich heiße Katze. Ich heiße Katze! Du bist jetzt schuld. Hey, new kid! Da muss ich hin! Da muss ich noch hin! Da muss ich noch hin! Da unten muss ich noch hin! Hepp! Bei Kayn ist eigentlich auch keine Landstreicher mehr. Ich hatte die alle gekillt. So, wo muss ich das Ding jetzt hier hinmachen? Ach, hier! Böser Hund! So! So! Hey, der Hund! Da kriegst du... Äh, ne? Ratt der Öschen, ne? Nein, geh weg! Wie klappt der Hund! Moment! Jetzt noch so dämlich gucken! Erledigt! War das erledigt? Ähm... Ist auch noch. Okay. Mach lang! Ich kann ja jetzt hier... runtergehen... Uäh! Komm ich... Nein! Komm ich eh wieder oben raus. Und dann bin ich... Schon mal hier. Auch wenn das extrem bescheuert ist. Es funktioniert. So. Das war's. Ernsthaft? Auf die Kuh einmal geschlagen. Oh Gott. So. Jetzt ab nach Kanada. Tag. Hallo? Ähm... Ich bin so... Ja... ... ... ... ... ... ... Das ist eine Portion Poteum, die kann ja schon bellen, eine Spinne. Was macht die denn? Ach, da ganz oben ist die. Das sehe ich. Hier ist ein bisschen Rüstung. Mach mal den hier kurz. Ja? Ja? Wollt's nicht kochen? Wie bitte? Okay. Jetzt war ich ein bisschen unvorsichtig, weil ich umgelenkt wurde. Aber macht ja nichts. Wir machen jetzt mal kurz anders hier. Kurz den hier nochmal. So. Schon besser, oder? Nein, willst du mich verarschen? Egal. Kenny regelt das immer. Da haben wir die drei Sachen auch noch fertig. Jetzt habe ich Barbarenhandschuhe. Nein! Ich habe Bock jetzt zu kämpfen jetzt. So. So. Da haben wir die Quest auch fertig. Mal schauen. Äh, Kinder. Wo könnten die Kinder sein? Wo könnten doch Obdachlose sein? Ich dachte immer, die Obdachlosen wären auch im Wald. Aber im Wald finde ich nur Nazis. Kurios. Sehr kurios. Die Obdachlose hier drin ist auch weg. Wo könnten noch Obdachlose sein? Ich verstehe es nicht. Außer der hier. Der zählt nicht. Siehst du? Der zählt nicht. Aus welchen Gründen auch immer. So. Gehen wir nochmal zurück zu Jimbo. Jetzt haben wir die drei Dinger ja auch erledigt. So. Was kann ich für dich machen? Oh, ich liebe Späder. Ich hoffe, dass du das verdammt. Schöne Arbeit. Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Hund verbringte. Das war wirklich persönlich für mich und Ned. Wir haben uns halb unsere Unite zu einem Farmcow, als wir in Hanoi standen waren. Als wir uns interessiert sind, du bist ein verdammter Hero, Kind. Wir sind beide stolz, dich zu kennenlernen. Ich habe keine Worte. Du bist wahrscheinlich der beste Hunter, der dieser Hund hat ever gesehen. Genau da mit mir und Ned in unseren Prime. Genau, Ned? Straight up. Jimbo. Nett. Wer ist das für Jimbos Schlüssel? Okay. Mietenhundehalsband. Rüstung. Und... Jimbo. Warte, da kommt noch was anderes. Ah, von der Kuh kriege ich ja nichts. Jungs. Ja. Warte, da kommt noch was. Hallo, da kommt noch was.